Wer nicht geimpft ist, stellt in unverantwortlicher Weise eine Gefahr für seine Umwelt dar. Nur Geimpfte sind vor Krankheiten und Epidemien geschützt. WHO plädiert zur Pflichtimpfung, um den Schutz aller Bürger zu gewährleisten. US-Präsident Obama nimmt an, dass die Separatisten verantwortlich sind für den Absturz der Boeing 777 in der Ostukraine. Putin kann mit weiteren Sanktionen rechnen, wenn er die Separatisten nicht unter Kontrolle bekommt. Frühsexualisierung stärkt das Bewusstsein der Kinder. Sexualität ohne Tabu erleben zu dürfen, aber auch Nein sagen zu können, schützt sie so vor sexuellem Missbrauch. Hallo, hier spricht dein Herz. Ich spüre dein Leiden, deinen Schmerz. Komm, vertraue dich mir an. Ich zeig dir, was ich als Intuition alles kann. Hör auf mich, hör auf mich, du brauchst mich, dein Herz. Ich lehre dich zu unterscheiden, was dich belügt, was Wahrheit spricht. Kann dich führen, dich beschützen, zeig dir Wegen zum Licht. Denn ich bin verbunden und vernetzt mit deinem Herzen, das unbegrenzt. Es hat die Übersicht des Souveräns, voller Weisheit, ein großes Phänomen. Hör dich hinein in diese Liebe, die mich dich so lieben lässt. Dich immerzu umwirkt und sich nur eines wünscht. Hallo, hier spricht dein Herz. Die Hoffnung steht über dem Schmerz. Komm, vertraue dich mir an, dieser Quelle der Kraft, die alles kann. Hör auf mich, du brauchst mich, dein Herz. Hör auf mich, du brauchst mich, dein Herz. So viel ist dir ihr Herz verloren, als gequält der andere Quelle. Doch sind sie nicht dazu geboren, du kannst dir helfen bei diesem Weg. Denn auch sie sind verbunden und vernetzt mit deinem Herzen, das unbegrenzt. Dass sie immer zu rumwirkt und sich nur Frieden für sie will. Nichts drängt meine Bestimmung, hier Großes zu bewegen. Bitte komm und hilf mir, diese jetzt zu leben. Es gibt viel mehr, als was du siehst, denn Träumen zeigt ich's dir, wie's ist. Es ist die Sphäre der Gerechtigkeit, Geborgenheit. Jemand zu, wer der Groß, wenn du es glaubst, wenn du es aussprichst und weitergehst. Und mir vertankt. Oh, 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 oh. Es gibt die Kraft für mein Traum und noch weit, sehr weit drüber hinaus. Keine Grenze ist mir gesetzt, bin ich mir intuitiv verdient. Wir hören auf dich, wir sind jetzt Herz, unser Ohr ist neu besetzt. Dieser Weg erfüllt uns hier, so bewegen wir wirklich sehr viel. Wir nehmen die Kraft für das Zuhause und auf Weistrümmern hinaus. Keine Grenze ist uns gesetzt, denn wir sind Glober verletzt. Das Herz! Das Herz! Das Herz! Untertitelung des ZDF, 2020